Tauchen! Tauchen, das U-Boot! Tauchen, das U-Boot! Tauchen! Wir hören doch das Teleskop nach oben, hier oben. Zeigen Sie! Ach, 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 ach! Mach den schissigen Safer! Die Bootkopfler legt jetzt an am Doppfer. Erste Arbeitsgruppe antreten zum Anlegemanöver. Reiten Sie die Gefangenen, wo es um die Kaffee geht. Sicherheitsgruppe zum Becken können. Der Ladekanne muss vorbereitet werden und fertig sein. Die Station ist auf höchster Alarm bei euch, Schiff. Achtung, Achtung! Wir sehen uns am Abend. Sehen Sie den tiefen Stahl zu eurem Pjadelein. Wir haben den Taten helfen. Wir unten des dritten Reiches bei der Flügel zeigen. Wir machen das. Wir haben unsere 19.30 Uhr in der Messe angekommen. Danke schön. Wir sind im Schiff. Wir sind im Schiff. Wir sind im Schiff. Wir sind im Schiff. Guten Tag. Müde? Warum schläfst du? Wo ist dein Hemd? Wasch dich mal, damit du nicht ausziehst wie ein Schwein bei deinem Stadtgericht. Steh auf! Oh! Oh! The altar has been prepared in accordance with your later instructions, Sir. Good. Take the Ark there immediately. Monsieur. I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual. Are you sure it's necessary? Let me ask you this. Would you be more comfortable opening the Ark in Berlien for your Fuhr? Finding out only then if the sacred pieces of the Covenant are inside? Knowing only then whether you have accomplished your mission and obtain the one, true Ark. Arbeitsgruppe 2. Bereiten zum Ausladen. Arbeitsgruppe 2. Bereiten zum Ausladen.